um die Jürgen Tag ich hab freies Aua, ich hab mich gerade, oh fuck ah, egal freie Ice Cream mehr okay dass der ist wie ein stream und ich bin gefangen und die schicht das ist anscheinend punkten kundin was soll ja verstehe ich was sie meinen so irgendwie Max da die Bissens dann waren wir erst mal raus zu gehen verschlossen wir können so was ein das jetzt hier jetzt geht ja auch nicht verstanden komponkong 0 da dann auflösen immer wenn ich anfange aufzunehmen schreit mir eine gewisse Person jetzt haben wir noch außen, oder? ist das überhaupt so eine gute Idee? Ich glaube nicht mein 3d-Headsets hat mir irgendwelche Geräusche die ich nicht wahrnehme gerade ja jetzt können wir das Eis vergiften was wir den Kindern schenken die gibt es denn nur weil keine Energie ok jo 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 gib mir mal boah durchgeschnittenes Kabel bin ich jetzt wieder hier? ach ich dachte gerade da kommt jemand an äh laufe ich da durch den Kreis oder wie? also ich geh da jetzt rein in Schneckentempo dann vergifte ich das Viech ach fick ich ach fick ich jetzt kann mich keiner sein äh ich würde mal sagen das ist der Eiscreme Verkäufer boah warum wenn ich jetzt wieder draußen ist zack 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 das macht keinen Sinn warte wenn ich den Fernseher anmache dann würde ich dass der immer mit dem Messer nach oben läuft äh äh Deja vu! Okay Hm Pfff Mein Gott Oh Gott Alter, nein. Ja, Grafikfehler, geil. Kann ich mich hier denn irgendwo verstecken? Ich muss wissen, wo ich mich verstecken. Ich hab eine Idee. Aha. Verreck. Hallo? Lebst du noch? Junge! Ich hoffe, ich bin gerade... Ich bin ein Spawnfehler oder so. Ach, ich wollte mich doch alles schlaueln hier. Ach, bis gleich. Neuer Versuch, neues Glück. Ach, fick dich. Vielleicht erst so. Dann so, wir legen mal den letzten Mal. Verreck. Dann... Scheiß dir mal die Seele aus dem Leib. So, ich hab nur nicht herausgefunden, wie ich schneller gehe. Einfach Doppelklick. Dann geht schneller. Ich schnelle mir jetzt den Taster und verstecke mich erst mal. So, jetzt warten wir, bis der fette Mann da mit dem Messer oben kommt. Warten bisher aus, ausmacht. Er geht nach links weg. Und ich gehe nach links raus. Er geht nach rechts weg, und ich gehe nach links raus. So, also jetzt kann ich den Taster benutzen. So mit wüt, wüt, wüt. Obwohl, das macht sehr viel. Ich muss so. Ah, okay. Das ist doch... Ähm... Halle. Ja, Halle. Boah, Junge. Oh, Gott, Mann. Second floor, würde ich mal sagen, oder? Yeah. Ich hab's halt drauf. Ja, okay. Es ist jetzt so, wie es sein muss. Hallo? Nein, 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 nein. Alles okay, alles okay. Ähm... Nein, ähm... Wie hab ich denn das eben gerade gemacht, bitte? Achso. Ach, halt die Fresse. Ich werde... Ich werde jetzt darf ich... ...so eine Scheiße finden. Ich muss beimporten, dass ich hab gerade gelesen, dass er im Potent wäre. der Januar ich kann wissen, wie ein Geräusch ohne ich sehe dann irgendwo eine Zahlenkombination zu sehen in der Katze mein Gott, ich kann es nicht so opfern, was so langsam geht ähm dann renn aber mit dem Strom in die Küche würde ich mal sagen ne ne doch nicht, das ist doch ja aber egal, ist sowieso nur ein Raumunterschied Scheiß drauf, rein da renn hmmm hmmm knapp und ich habe mich vorher immer ist ich meine ich gehe hier überall lang ich sehe ihn nicht einmal das freut mich aber ist unruhig nicht Boah Gott mann ist hier denn irgendwas nützliches kann ich das nicht mehr benutzen ok mein Gott also ehrlich ich brauche irgendwie einen Zettel aaaaaaah ich kenne die Zahlenkombination hm 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 boah bin ich gut boah nein top ähm achso top wackel top ich bin 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 er zu der ließen der ließen das ist nicht mehr alle noch schneller und die letzte Jahre an heute ab Ostach das hilft überall auch in der Zombie-Apokalypse ab in den Tod ja ich wusste es doch ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet hier nein haben wir nicht gesehen ich nicht gesehen ich nicht gesehen noch mal raus ja ist doch mal ein neues Alter ein Spiel was ich durchgespielt habe warte welche Spiele? Slender the Arrival? Slender ne noch Slender the Arrival dieses Spiel andere Spiele habe ich gar nicht geschafft glaube ich oder? weiß nicht ne SCP auch nicht na SCP würde ich eine Stunde oder zwei Stunden dran hocken naja ok ich würde nochmal sagen das war es ich habe heute jetzt drei Let's Plays aufgenommen und ich würde mal sagen ich bin euer Tom ins Gelb hier und bis zum nächsten Mal tschau das war es ich bin es das war es